So, das ist schon ganz geil. Der macht ja noch nix anderes, ne? Ich hab gar nicht gekocht, der hat was tot. Sag ich's dir gleich. Der macht ja alles mit dem Wasser. Wir wollten ja turnen. Haben aber schon was. Ja, ich kann machen das nicht gut. Aber je nachdem, man muss auch noch machen. Vielen Dank.